Das mal die Verifikation zwischen den Pfosten. Auf die Europameisterschaft hat die Jungs mit, ohne sich irgendwie zu verstellen oder zu verbiegen. Da haben wir die Platzwahl. Mikro ist nicht dabei. Und los geht's. Der Ball rollt mit leichter Verzögerung. Collins. Ja, Lö hat die Ruhe weg. Hartiges. Collins. Burgio. Einfach zu schnell wiedergutmachen. Und ist zu ungestüm zurück. Das ist der Ball. Erste Chance. Da geht mal ein Raunen durch. Und das zu Recht. Fast ein eigenes Pfiff wohl. Burgio war wohl den Schritt zu weit vorne drin. Oh, der ist gut auf Knauf. Eins gegen eins. Kommt er nicht zu gegen Takehara? Takehara. Kommt mal in die Offensive. Jetzt Darkfuß. Das ist ein 3 gegen 2, wenn sie es schnell machen. Darkfuß. Und gut. Schon einiges gesehen. Mit Marco Reus wahrscheinlich nicht. Toller Ball. Hoch, 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 hoch. Nein, der ist gut. Reitmeier. Jetzt ist Brandt. Brandt. Und Knauf. Und das Tor. Kaum haben wir eine Lücke gefunden. Zwischen den 3 Leuten. Auf der Linie. Zwischen Reitmeier, Fink und Fink. Von Brandt. Geht einmal quer durch. Und Knauf. Schön an. Das ging ruckzuck. Die Dortmunder waren aber ganz gut. Alle Mann. Außer Hitz. In der Gießener Hälfte. Schulz. Jetzt kommt er mal durch. Digges und Dahoud. Guter Spielzug. Darkfuß. Sehr schön. Und Ibrahimay. Ibrahimay. Ja. Der Mann eben für diese Momente. Im Januar. Von Oed. 85 oder so rüber geht. Digges. Aber Marco Rosa hat überhaupt keine Regung gezeigt. Wie soll man da wissen, dass der Ball schon im 16er ist? Steffen Digges. Ganz souverän. Cool. Dahoud. Und Brandt spielt. Papadopoulos macht dann mit Tippe die Innenverteidigung. Guter Ball. Auf Makrekis. Und der erste Abschluss. Und der nächste Abschluss. Ja, natürlich ist es Tobi Raschl. Das hat der Jesko angeteast. Das ist ein guter. Reichlich BVB-Fans. Berei. Guter Ball. Tetschi. Richmond Tetschi. Tetschi. Ja. Gute Idee. Den Schuss angetäuscht. Und Gießner hätte gerne eine Absatzposition gehabt. So um die 20, 21 bis 23 maximal. Ui. Da ist Türk. Eigentlich wie gemalt für ihn. Und Rose hat das super verstanden. Das hat man gemerkt bei seinen ersten Auftritten in der Öffentlichkeit. Ferrai. Der macht ein wenig Freude. Ein bisschen Hochschuss. Und der Ball landet dann irgendwann mal tatsächlich. Das. Ui. Und der Schaffer der Sieg. Und Silke. Gut durchgetankt. Und sie drei Mann. In letzter Linie. Östürk. Östürk. Stark. Östürk. Super gemacht. Dreht sich da. Würdevoll. Um Hibbe herum. er kriegt da gelauert wieder tetschi tetschi fahne fahne ah der war noch mal satt gut von gripovic der war noch dran breiteren bizeps würde ich behaupten deswegen rutscht die kapitänsbinde immer runter unter der leitung von mark